Das Schützenfest Hannover auf dem rund 10 Hektar großen Schützenplatz in Hannover gilt als das größte Schützenfest der Welt, dessen Tradition ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Die zehntägige Veranstaltung wird jedes Jahr von über einer Million Gästen aufgesucht. Traditionelles Getränk ist die Lütje Lage. Rund 240 Schausteller sind auf dem Fest vertreten. Geschichte Die erste urkundliche Erwähnung des hannoverischen Schützenwesens geht auf einen Brief von Herzog Wilhelm dem Siegreichen an den Rat der Stadt 1468 zurück. Darin beschwerte er sich über die wehrsportlichen Übungen der Hannoveraner. Ihm war bekannt geworden, dass die Hannoveraner auf dem Gelände der geschleiften Burg Launrode in der Kahlenberger Neustadt mit am Brüsten auf einen an einer Stange befestigten bunten Holzpapageien schossen. Wenn sie mit ihrem Landesherren in Fede lagen. Armbrust und Gewehr waren damals Verteidigungswaffen zum Schutz der Stadt. Aus den sportlichen Übungswettkämpfen in Friedenszeiten ergab es sich, dass die besten Schützen mit Preisen und Auszeichnungen geehrt wurden. Der Grundstein zum Fest wurde 1529 gelegt als Herzog Erich I. von Kallenberg-Göttingen-Hannover mit dem Privileg ausstattete, jährlich ein Schützenfest zu feiern. Das erste Schützenhaus wurde 1573-47 am Klagesmarkt erbaut. Um Ausschreitungen während der Feste zu verhindern, wurde bereits im Jahre 1575 eine Schützenordnung erlassen, die den Festbetrieb regelte. 1710 wurden die Bruchmeister bestellt, die als Hilfsbeamte offiziell für einen geregelten und geordneten Ablauf des Schießens zu sorgen hatten. 1797 sollte das Schützenhaus am Klagesmarkt ersetzt werden. Dies scheiterte an den Kosten. Erst nachdem sich 1825 die Schützenvereine der Altstadt von Hannover mit denen der Kallenberger Neustadt vereinigt hatten, entstand nach dem 4. Entwurf von La Vez ein neues Schützenhaus in der OHA. Es wurde am 15. Juli 1827 eingeweiht. Der klassizistische Bau stand in etwa am Eingang der heutigen HDI-Arena und wurde erst durch die Luftangriffe auf Hannover im Zweiten Weltkrieg zerstört. Während die Schützen von Anfang an in ziviler Kleidung antraten, entstand 1837 eine neue Schützenordnung. Sie gestattete, dass gleichmäßig gekleidete Gruppen auftraten. Daher gilt 1837 als Geburtsstunde der Schützenvereine, weil sich seitdem in den Stadtteilen unterschiedliche Schützenvereinigungen herausbildeten. 1955 wurde Hannover der offizielle Ehrentitel Schützenstadt verliehen. In Hannover gibt es derzeit 70 Schützenvereine und Gesellschaften. Größenvergleiche Das Schützenfest in Hannover ist das größte Schützenfest der Welt. Dieser Titel ist begründet. Die Veranstaltungsfläche, die Zahl der Großfahrgeschäfte und die Zahl der Festzelte sind bisher von keinem Schützenfest weltweit überboten worden. Mit jeweils über eine Million Besuchern ist es das besucherstärkste Schützenfest weltweit. Der Schützenausmarsch ist mit über 10.000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland. Mit rund 50 Festwagen und Kutschen und einer Länge von rund 10 Kilometern der umfangreichste Schützenausmarsch der Welt. Hannover hat mit 70 Schützenvereinen und Gesellschaften eine große fachliche Vereinsdichte und trägt seit den 50er Jahren den offiziellen Ehrentitel Schützenstadt. Das Eidgenössische Schützenfest in der Schweiz, das alle fünf Jahre stattfindet und sich nach der Zahl der teilnehmenden Schützen als das größte Schützenfest der Welt bezeichnet, ist ein reiner Schießwettbewerb und kein Volksfest. Die größte Kirmes am Rhein in Düsseldorf ist mit rund 4 Millionen Besuchern eines der größten Volksfeste Deutschlands. Die Kirmes wird zwar in Eigenregie vom St. Sebastians Schützenverein von 1316 e.V. veranstaltet. Die Anlässe der Kirmes sind allerdings das Fest der Stadtpatrons St. Apollinaris von Ravenna und das Kirchweihfest der katholischen Basilika St. Lambertus in der Düsseldorfer Altstadt. Das Neusserbürgers Schützenfest ist deutlich kleiner als das Schützenfest Hannover. Es gilt aber als das weltweit größte von einem einzelnen Verein und ohne Gastzüge organisierte Schützenfest. Maskottchen Der Ballerkalle ist seit 1975 DK-Sekunden-Maskottchen vom Schützenfest Hannover. Der Ballerkalle stellt eine laufende Schießscheibe mit zwei Füßen und einem Schützenhut dar. Seit 2005 gibt es ihn auch als Plüsch-Version. Jedes Jahr erscheint der Ballerkalle als kleine Anstecknadel mit der Jahreszahl. 1975 gab es eine Ausschreibung für einen Plakatwettbewerb in Hannover. Dieser Wettbewerb wurde mit 1500 DM für den ersten Preis honoriert. Gesucht wurde ein Plakat-Eif-Symbol, das das traditionelle Volksvergnügen und den Schützenausmarsch in überzeugender und prägnanter Form herausstellt. Es sollte der Ausmarsch der Schützen dargestellt werden. Studenten der Fachhochschule für Kommunikation und Produktgestaltung Hannover waren zu einem Schützenfest-Plakatwettbewerb aufgerufen. Den ersten Preis erhielt Klaus Kutzner, den zweiten Preis Thomas Steinhausen, den dritten Preis das Team Hartwig V. D. Heide und Rainer Oswald. Punkt. Ablauf des Schützenfestes Mit dem Schützenfest Hannover feiern die Schützen das Ende der mehrtägigen Schießwettbewerbe, die in der großen städtischen Schießsportanlage im Stadtteil Wülfel abgehalten wurden. Am Sonnabend vor der Eröffnung wird auf dem Kröpke das Volkskönigschießen veranstaltet, bei dem jedes Jahr zahlreiche Zivilisten teilnehmen. Umrahmt wird das Volkskönigschießen mit dem Tag der Musikzüge, bei dem mehrere Spielmannszüge durch die Innenstadt marschieren. Die eigentliche Schützenfesteröffnung findet am Eröffnungsfreitag, nach einem ökumenischen Gottesdienst mit musikalischer Begleitung in der Marktkirche, in der Kuppelhalle des neuen Rathauses statt. Dort werden vom Oberbürgermeister die Bruchmeister verpflichtet, sowie die Besten vor den Scheiben und die niedersächsischen Landeskönige geehrt. Anschließend marschieren alle Teilnehmer mit mehreren Musikkapellen zum Schützenplatz. In der Festhalle Marist im Hauptfest zählt. Eröffnet der Oberbürgermeister im Beisein zahlreicher prominenter Gäste mit dem Fassanstich das Schützenfest. Danach werden drei Böllerschüsse abgegeben. Im Anschluss wird ein Höhenfeuerwerk abgebrannt. Am Sonnabend ist der Aktionstag barrierefreies Schützenfest. Außerdem wird am Samstag das Festival der Musik veranstaltet. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Schützenausmarsches. Vor dem eigentlichen Marsch werden die Ehrengäste im neuen Rathaus empfangen. Nach der Ansprache des Oberbürgermeisters vor dem Rathaus spielen die Musikzüge gemeinsam den Auftaktmarsch. Im Anschluss setzt sich der zehn Kilometer lange Festumzug in Bewegung in Richtung Schützenplatz. Am Montag ist der Rundgang der Schützenjugend. Im Anschluss werden in der Festhalle Marist die Schilde des Erste Tages und die Jugendschilde ausgegeben. Am Dienstag wird das Festessen der Schützen in der Festhalle Marist veranstaltet. Bei diesem Festessen werden die Stadtkönige und die Volkskönige geehrt und die Ehrenzeichen der Schützenstiftung ausgehändigt. Darauf folgt der Damenrundgang. Die Ausgabe der Schilde des Zweite Tages und der Damenschilde erfolgt ebenfalls am Dienstag in der Festhalle Marist. Mittwochs werden in der Festhalle Marist die Schilde des Dritte Tages und der durchlaufenden Scheiben ausgegeben und die Regionskönige geehrt. Ebenfalls am Mittwoch ist der Familientag mit Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent und diversen Aktionen. Am Mittwoch wird auch das Papageienschießen für jedermann veranstaltet. Am Donnerstag finden der traditionelle Handwerkertag in der Festhalle Marist und der Kleingärtnertag mit dem Laserschießen im Gay People Zelt statt. Am Donnerstag zieht ebenfalls das Kollegium der ehemaligen Bruchmeister mit musikalischer Begleitung über den Schützenplatz. Am zweiten Freitag wird nochmal ein Höhenfeuerwerk abgeschossen und der Niedersachsentag mit rund 1000 Schützen aus der Lüneburger Heide veranstaltet. Die Schützen aus der Lüneburger Heide werden vor dem neuen Rathaus begrüßt und ziehen dann mit musikalischer Begleitung auf den Schützenplatz. Am Sonnabend werden in der Festhalle Meeres die Schützenhauspokale ausgegeben. Ebenfalls am Sonnabend findet am Kröpke die traditionelle Bruchmeisteraktion statt, die jedes Jahr einem anderen wohltätigen Zweck dient. Am Abschlusssonntag gibt es den Musikfrühschoppen am Rundteil und die total verrückte Blase Olympiade im Gay People Zelt. Der Sonntag endet mit einem Fackelzug vom Schützenplatz in die Altstadt, wo dann vor der Marktkirche der Zapfenstreich abgehalten wird. Während des gesamten Schützenfestes ziehen täglich Spielmann Züge über den Festplatz. Punkt, 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 Punkt. Höhepunkt des Schützenfestes ist der traditionell am Sonntag nach Festbeginn stattfindende rund 10 Kilometer lange Schützenausmarsch, der vom neuen Rathaus auf einer 3 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt zum Schützenplatz führt. Der Ausmarsch findet immer am Sonntag vor dem 1. Juli Montag statt, das ist meist der erste Sonntag im Juli. Wenn der 1. Juli aber auf einen Montag fällt, dann findet der Ausmarsch bereits Ende Juni statt. Der Zug ist der größte Schützenausmarsch der Welt, der von mehr als 10.000 Teilnehmern gebildet wird. Darunter sind rund 5.000 Schützen aus Hannover mit Gastabordnungen und Einzelschützen aus Deutschland und anderen Ländern. Mit dabei sind rund 5.000 Musiker aus Deutschland und dem europäischen Ausland in über 100 Musikkapellen. Dazu kommen über 50 Festwagen und Kutschen und weitere Fahrzeuge sowie zahlreiche Festgruppen aus Hannover und verschiedenen Ländern. Auch Kultur- und Folkloregruppen, Karnevals- und Reitvereine sowie Gäste aus der Bundes- und Kommunalpolitik nehmen teil. Der Ausmarsch ist aufgeteilt in einen Vorzug und in vier Hauptzüge, die jeweils von einem der amtierenden Bruchmeister angeführt werden. Der Schützenausmarsch wird nach Angaben der Veranstalter alljährlich von bis zu 300.000 Besuchern besucht. Er wird im NDR Fernsehen live übertragen. Entlang der Zugstrecke befinden sich drei große Zuschauertribünen mit Kommentatoren. Punkt. Punkt. Das Schützenfest Hannover beginnt jeweils am Freitag vor dem ersten Montag im Juli 2013 begann es bereits am 28. Juni und der Schützenausmarsch fand 30. Juni statt. Das Niedersachsen-Lied sowie die Volkslieder, die lustigen Hannoveraner und in Hannover an der Leine und das Lied Schützenliesel sind die am häufigsten gespielten Lieder auf dem Schützenfest. Gastronomie und Festzelte Auf dem Schützenfest gibt es insgesamt fünf große Festzelte, das feststehende Rundteil, einen Beach-Club, mehrere kleinere Zeltanlagen und mehrere Biergärten, zum Teil mit Lühe Musik. Althergebrachtes Traditionsgetränk ist die nur im hannoverischen Raum verbreitete Lüthierlage. Während des Schützenfestes braut das Brauhaus Ernst August das Hannöverschfestbier, welches es nur auf dem Schützenfest gibt. Insgesamt werden während des Schützenfestes rund 250.000 Liter Bier, 25.000 halbe Hähnchen, 15.000 Haxen, 250.000 Würstchen und eine Million Lüthierlagen konsumiert. Der Ausschank des Bieres ist per Dekret einzig den in Hannover ansässigen und produzierenden Brauereien vorbehalten zum Schutz und Wahrung der niedersächsischen Braukultur. Das Altanovera ist das Schlagerzelt des Schützenfestes. Das Zelt bietet insgesamt 3000 Menschen Platz und ist gestaltet wie ein niedersächsisches Hallenhaus. Das Programm wird von wechselnden DJS gestaltet. Ausgeschenkt werden hier die Biere der Privatbrauerei Herrenhausen. Im Eingangsbereich befindet sich eine Pyramide aus Glas und Aluminium mit Platz für rund 1500 Geste. Sie werden von wechselnden Disc-Jockeys von der Kanzel aus unterhalten. An die Pyramide schließt sich ein Zelt an. Dort gibt es ein Programm, welches von Live-Bands und DJS gestaltet wird. Im Brauhaus Lübe gibt es die längste Theke des Schützenfestes. Ausgeschenkt werden hier die Biere vom Brauhaus Ernst August. Es ist das Hauptfestzelt des Schützenfestes mit Platz für 3000 Menschen. Täglich gibt es live Musik mit wechselnden Bands. Hier wird auch das Schützenfest durch den Oberbürgermeister mit dem Fassanstich feierlich eröffnet. Weitere Aktionen wie das Festessen der Schützen am Dienstag und der Handwerkertag am Donnerstag runden das Programm ab. Das Schützenfest Hannover ist das einzige Volksfest in Deutschland mit einem eigenen Gay-People-Zelt. Das Programm besteht aus Travesti-Shows und Men's-Trips. Aber auch die Stars der Schlagerszene treten hier auf. 1200 Menschen finden in dem Zelt Platz. Dieses Zelt trat in der Außenansicht zunächst als Gilde-Festzelt auf. Danach hat die Duxbia-Börse das Zelt unter eigenem Namen für einige Jahre übernommen. 2014 war das Zelt als 96-Festzelt im Design des Fußballvereins Hannover 96 gehalten. Für 2015 gibt es unter dem Namen Gilde-Island ein neues Design. Das Zelt hat eine Kapazität von rund 3000 Personen. Ausgeschenkt werden hier die Biere der Gilde-Brauerei. Hier treten die Stars der Schlagerszene wie Z.B. Jürgen Driffs oder Antonia aus Tirol auf. Das Bakadi Island ist der kleine Beach-Club auf dem Schützenplatz. Hier gibt es eine Beach-Bar, Liegestühle und viel Sand. Das Programm wird von den strandeigenen DJS gestaltet. Die italienische Piazza ist nun schon seit einigen Jahren mit live Musik auf dem Schützenfest vertreten. Auf der Open-Air-Bühne der Rockneipe Philharmonie gibt es live Musik aus den Spaten Rocken, Roll, Rock und Blues. Das Rundteil oder auch Rondel hat 1400 Sitzplätze. Es ist das einzige feststehende Gebäude auf dem Schützenplatz und beherbergt einen Restaurantbetrieb. An einigen Tagen gibt es auch live Musik. Traber Event ist 2015 zum ersten Mal auf dem Schützenfest. Der Wirt der modernen Cocktail- und Bierbar ist Weltmeister im Schnellsapfen und steht damit sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Zu den kleinen Zeltanlagen gehören die Niedersachsen-Schenkel, Vorlaubs-Spezialitäten-Grill, das Tiroler Dorf und Böttischers altes Landhaus. Insgesamt gibt es rund 50 gastronomische Einrichtungen auf dem Platz. Bekannte Einrichtungen sind ZB, Rosisheimhütte oder das Niedersachsenhaus. Ehemalige Zelte aber, die Wilkenburg, Nienersheimhütte, zum Herrenhäuser, zum Ochsen, Punkt, 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 Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte. Die Beschickung des Schützenfestes mit Fahr- und Schaugeschäften wechselt von Jahr zu Jahr. Da seitens der Organisatoren die jeweils neuesten Fahrgeschäfte gewünscht werden. Aus jährlich rund 650 Bewerbungen werden insgesamt über 250 Betriebe zugelassen. Im Folgenden werden nur die Einrichtungen beschrieben, die einen Stammplatz haben und nahezu jedes Jahr mit dabei sind. Fahrgeschäfte Achterbahn auf dem Schützenfest befinden sind in der Regel drei Achterbahnen, darunter eine Großachterbahn. 1984 hatte der Dreier-Looping seine Weltpremiere in Hannover. Ab den 1990er Jahren bis 2000 sowie 2008. 2009 und 2012 war dann der Olympia-Looping als größte transportable Loopingbahn der Welt Stammgast in Hannover. Die Alpina-Bahn als weltweit größte transportable Achterbahn ohne Looping war von 2002 bis 2007 Stammgast in Hannover. Der Eurostar als größte transportable Hänge-Achterbahn der Welt war 2005 zu Gast. Die Doppel-Looping-Bahn-Teststrecke ist seit 2013 zu Gast. In der jüngsten Vergangenheit waren 2001, 2010 und 2011 die bisher einzigen Jahre, in denen keine Großachterbahn auf dem Schützenfest vertreten war. Zu den weiteren Achterbahnen, die regelmäßig auf dem Schützenfest zu Gast sind, zählen die Wilde Maus und der Spinning Racer. Die Familie Achterbahn-Kudel, der Heil, gastierte 2013 im Rahmen ihrer Premieren-Tournee in Hannover. 2015 war auch die größte reisende Indoor-Achterbahn Höllenblitz zum ersten Mal in Hannover vertreten, so wie die Wilde Maus XXL. Bregdance Das Rundfahrgeschäft Bregdance besitzt 16 Gondeln für je zwei Personen, die sich an vier Gondelkreuzen auf einer drehbaren Scheibe befinden. Jede Gondel bewegt sich zusätzlich unabhängig von den anderen. Auch das größte Fahrgeschäft dieser Art, der Bregdance No. 1 mit sechs Gondelkreuzen, war schon in Hannover zu Gast. Geisterbahn Die Geisterbahn gehört zum festen Stamm. Zu den häufigen Vertretern auf dem Schützenfest zählen das Dämonium, die Geisterschlange und die große Geisterbahn. Häufig sind auch zwei Geisterbahnen auf dem Schützenfest zu finden. Außerdem standen auch schon die Burg des Grauens sowie das Spukschloss auf dem Fest. Gokardbahn Eine Gokardbahn gehört seit Jahrzehnten zu den Stammgästen. Zu den häufigsten Vertretern in Hannover gehört die Monza-Piste, aber auch die größte transportable Gokardbahn der Welt, die Rallye Monte Carlo. War schon zu Gast. 2015 stand zum ersten Mal der Europa-Ring auf dem Fest. Kristallpalast Seit 1947 reist die Familie Sturm mit diesem Spiegelkabinett durch Deutschland. Dieses Traditionsgeschäft zählt mit zu den Stammgästen auf dem Schützenfest Hannover. Musik Express Die klassische Berg- und Talbahn gehört seit Jahrzehnten zum Stammgast auf dem Schützenfest. Riesenrad Das Steiger 60 Meter Riesenrad hatte seine Weltpremiere 1980 auf dem Schützenfest Hannover. Und war bis 2013 die Kasekunden größte transportable Riesenrad der Welt. In den 42 Kabinen finden insgesamt 420 Personen Platz. Bis 2010 war es das Wahrzeichen des Schützenfestes. Seit 2011 ist das 48 Meter hohe Riesenrad Rue Parisienne das Wahrzeichen des Schützenfestes. Es bietet in 36 Gondeln Platz für 216 Fahrgäste. Das Rue Parisienne bietet den Fahrgästen sowohl geschlossene als auch offene Gondeln und ist damit das größte seiner Art in Europa. Simulator nahezu jedes Jahr gibt es auf dem Schützenfest auch einen Fahr- und oder Flugsimulator. In der Regel wird das Weltraumthema bespielt. In der Vergangenheit waren UAR. Das Adventure Shuttle, das Gate of the Timer, Challenger Speed 3000, Time Visitor oder U3000 zu Gast auf dem Schützenfest. Tierschau Tierschauen sind sowohl beliebt als auch umstritten auf deutschen Volksfesten. Präsentiert werden zum Beispiel kleine Pferde oder Mäuse. So waren bereits die Little Horse Show, die Mäusestadt oder der Mäuse Circus auf dem Schützenfest. Wellenflug 48 Personen finden im Wellenflug Platz. Zusätzlich zu der Rundbewegung eines traditionellen Ketton-Karussells kommt hier noch eine Wellenbewegung zum Einsatz. Wildwasserbahn Die Wildwasserbahn ist ein Stammgast auf dem Schützenfest. Am häufigsten ist die Bahn Wildwasser mit einer Fahrbahnlänge von 520 Metern und einer Höhe von 21 Metern auf dem Schützenfest zu Gast. Aber auch die größte transportable Wildwasserbahn der Welt gastierte schon auf dem Schützenfest. Zu den regelmäßigen Gästen zählt aber auch die Refteming Bahn Atlantis-Refting. Seit dem Jahre 2000 waren neben den Stammgästen unter anderem folgende Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte auf dem Schützenfest Hannover vertreten. Auf dem Schützenfest Hannover sind neben den beschriebenen Fahrgeschäften noch zahlreiche weitere Geschäfte zu finden. Rund 40 Fahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte befinden sind auf dem Schützenplatz. Zehn Fahrgeschäfte sind nur den Kindern vorbehalten. Im Laufe der Zeit haben sich kleinere Attraktionen zu Publikumslieblingen gemausert. Dazu gehören zum Beispiel das Kasper-Theater, das Torwandschießen und der Hau den Lukas. Des Weiteren gibt es zahlreiche Schießgeschäfte auf dem Platz. Für Sammler befindet sich auf dem Festplatz das Schützenfest-Souvenirgeschäft. Service und Infrastruktur Auf dem Festplatz befindet sich am Haupteingang Gildetor ein mobiler Geldautomat. Dort findet sich auch eine Wickelstube. Am Rundteil in der Mitte des Platzes und am Gildetor gibt es feste Telefonanlagen. Auswirkungen auf die städtische Verkehrsinfrastruktur Aufgrund von regelmäßigen Großmessen ist die Verkehrsinfrastruktur in Hannover auf große Besucherströme ausgelegt. Viele Schützenfestbesucher nutzen die Stadtbahn. Sie sind daher in den Abendstunden und insbesondere an Freitagen wegen des Höhenfeuerwerks und Mittwochs wegen des Familientages mit günstigeren Preisen oft überfüllt. Zur An- und Abfahrt bieten sich die Stadtbahnstationen Waterloo und Allerwick an, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Festplatzes liegen. Die Parkplätze im direkten Umfeld um den Schützenplatz sind während der gesamten Schützenfestzeit meist knapp. Insgesamt geht der Verkehr vom und zum Schützenfest recht reibungslos vonstatten. Während des Schützenausmarsches am Sonntag sind von den Morgenstunden bis etwa 14 Uhr komplett größere Teile der Innenstadt gesperrt. Anders als beim Münchner Oktoberfest gibt es auf dem Schützenfest in Hannover keine Sperrstunde. Das Schützenfest öffnet täglich um 14 Uhr an Sonntagen auch früher und hat bis frühmorgens geöffnet. Die Fahrgeschäfte schließen je nach Besucherzuspruch in der Regel jedoch gegen 24 Uhr. Sanitäts- und Rettungsdienst ab 14 Uhr bis zum Festende sind täglich Rettungskräfte für Hilfeleistungen im Einsatz. Das DRK Region Hannover e.V. hatte bis 2010 seine Station am Haupteingang. Seither sind die Kräfte an der Kfz-Zulassungsstelle am Herrenhäuser-Tor stationiert. Mobile Streifen durch ehrenamtliche Sanitäter sind ständig auf dem Festplatz unterwegs. Das DRK hat während der gesamten Festdauer neben einer mobilen Unfallhilfsstelle mindestens zwei Rettungswagen vor Ort stationiert. Lageabhängig kann kurzfristig das Hilfeleistungspotenzial weiter aufgestockt werden, um den öffentlichen Rettungsdienst zu entlasten. Während des Schützen-Ausmarsches sichert das DRK mit ca. 100 ehrenamtlichen Einsatzkräften und um die 30 Einsatzfahrzeugen den gesamten Streckenverlauf ab. Am Gilde, Herrenhäuser und Schausteller-Tor befinden sich kostenlose Toilettenanlagen. Die einzelnen Zeltbetreiber betreiben ebenfalls eigene Toilettenanlagen, die jedoch nicht kostenlos sind. Schützenfest-Radio Das Schützenfest Hannover ist das einzige Volksfest in Deutschland mit einem eigenen Radiosender. Das Schützenfest-Radio Hannover 100,0 sendet elf Tage lang täglich rund um die Uhrleihe aus einem Studio auf dem Festplatz. Dabei wird die Event-Radio-Frequenz 100,0 MHz genutzt. Übertragen wird das Programm auch als Internetradio. Siehe auch, Oktoberfest Hannover, Frühlingsfest Hannover.